Musik Das Trainee-Programm Audit Plus, was in der Wirtschaftsprüfung möglich ist bei uns, ist speziell deshalb so attraktiv für die Absolventinnen und Absolventen, weil man eben in verschiedenen Phasen unterschiedliche Bereiche von Absolventen kennenlernen kann. Also man steigt zwar ein in der Wirtschaftsprüfung oder dem Dach der Wirtschaftsprüfung, kann aber auch die anderen Bereiche kennenlernen. Das Programm dauert 19 Monate an und ein fester Bestandteil ist das Ausland. Das heißt, man besucht und unterstützt die Kollegen im Ausland. Wir haben ganz viele Standorte, Singapur, Shanghai, New York, Boston, Moskau, also ganz viele unterschiedliche Standorte im Programm, wo die Kolleginnen dann hin entsendet werden, was alles organisiert wird. Die müssen sich eigentlich um nichts kümmern, nur in den Flieger steigen und dann dort bei den Kollegen sich anschließen. Während der anderen Phasen, also eine Phase sollte zwingend schon in der Wirtschaftsprüfung stattfinden, aber die andere Phase im Ausland und die dritte Phase kann dann in einem ganz anderen Fachbereich stattfinden, wie zum Beispiel der Steuerberatung, aber auch bei uns in den Core Business Services. Ja, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Perspektive für den Kandidaten ist, die unterschiedlichen Bereiche kennenzulernen und sich eben erst danach zu entscheiden, wo er denn letztendlich dann seine Karriere weiterführen möchte. Dafür haben wir uns dieses Trainee-Programm überlegt und möchten eben den Kandidaten entsprechend die Möglichkeiten bieten.